Meine Peggy ist seit Montag, Mittag, spurlos verschwunden. Ich wollte bloß, dass sie wieder heimkommt. Was hat die Mutter damit zu tun? Warum ist sie im Verdacht? Befragt wurde ich und jetzt mal Hand aufs Herz Frau Knogloch. Wo haben sie sie hingebracht? Und dann denkst du immer noch, dass das nicht wahr. Niemand hat von ihr was gesehen. Und hätte ich sie nur zu Hause gelassen. Es gibt so viele Verdächtige, dass du von einem Täter zum nächsten kommst. Da stimmt was nicht. Zum ersten Mal haben die Beamten sowas wie ein Motiv. Wusste sie wirklich mehr? Es gibt immer zwei Seiten der Geschichte. Missing Peggy auf RTL Plus Jetzt streamen für 4,99 Euro im Monat. 1 1 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020